Was steht hier? 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 Ja, vielleicht kann die Julia noch ein bisschen helfen, die hat ja Erfahrung. Mit Frisuren hast du nicht so viel am Hut, ja das sieht man, das ist klar. Okay, wunderbar. Hier ist sie unsere neue Käferkönigin Annalena Riemann. Und jetzt wollen wir, ja das ist, das ist ja auch schon mal sehen. Und jetzt wollen wir natürlich diesen Kuchen auch mal sehen. Jetzt wird die Hülle gelüftet und kann man mal diesen Vorhang vielleicht zur Seite ziehen und mal schauen, wie dieses Prachtexemplar aussieht. Und das ist ein XXXL-Stück, wie wir alle sehen. Also, wow, Wahnsinn. Wer bietet 5 Euro für dieses Stück? 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro sind geboten. 12 Euro, 15 Euro, 20. Hey, du hast jemanden gewungen, alles klar. 25 Euro, 30 Euro, 35 Euro. 48 Euro, 30 Euro, 15 Euro. 25 Euro, 30 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.